Ich hoffe doch ihr seid immer noch da, freuert die Mädels ein bisschen rein hier. Jetzt gibt's ab 14 Uhr kein Bier mehr. Gibt's nur noch selber, fast ab 20 Uhr wieder. Haha, war was? Ja, wie heißt das? Ja, ich bin heute. Und zieht durch. Und weiter geht's. Und weiter. Und zieht. Und. Und.